Rocket! Warum liegen hier überall Netzwerkkabel rum? Ich arbeite daran! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das Gewölle weggeräumt! Gern geschehen! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es gibt kein offizielles Abzeichen! Dass du keins hast, ist klar, Attentäterin! Der Kleine hat gesagt, das Ganze sei ein gut gehütetes Geheimnis! Rocket! Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Willkommen in der Nähe! Ob Brex seine Zelle im Keln wohl selbst dekorieren durfte? Wahrscheinlich nicht.